Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch das MINT Mundwasser vorstellen. Ein besonderes Mundwasser, was Wasserstoffperoxid enthält, weil das Wasserstoffperoxid Schritt für Schritt unsere Zähne aufhält. Zusätzlich ist das Mundwasser pH-neutral, alkoholfrei und sehr, sehr schonend zu unserer Mundschleimhaut. Das Beste daran ist, dieses Flaschensystem, denn ihr könnt einfach das Mundwasser in die Kappe einfüllen und benutzen, ohne dass sie die Flasche kontaminiert. Somit ist die nachfüllbar mit unserem wunderbaren Refill und ihr könnt so viel Mundwasser benutzen, wie ihr wollt. Viel Spaß dabei!